Hallo und herzlichen Willkommen! Hallo und herzlichen Willkommen! Ja, endlich wieder eine neue Folge! Lange ist es her! Heute ist die Folge auf jeden Fall besser als die letzte Folge! Ich bin da echt total motiviert! Ich glaube, das klappt echt gut! Hast du gehört, Tony? Folge zu Ende! Hat das bitte noch jemand gehört? Was denn? Hey, hör mal auf! Hey, hör mal auf! Hey, hör mal auf! Ich kann das raussamplen! Das ist sehr gut! Oder das von der Popelblase hat er das gesagt? Hä? Ey, das ist jetzt zu privat! Das mit der Popelblase, das Curry Popelblasen kann, das hab ich gesagt! Das ist voll süß! Ey, ich musste vorhin einmal lachen! Da kam Popelblase! Ihr habt verstanden, Curry geht in Kleve, also der bläst für Popel! Meinst du, der macht das immer in der... Ich find Popelblase zu süß! Wir haben noch n'n Klever Pausenbrot! Popelblase ist der Bruder von Popelblase! Weißt du, wir hatten früher Lunchables, weißt du? Die haben heute Sagen Popelblasen! Oh, das ist doch nicht wieder wahr! Ich will nicht schon wieder als Erste sterben hier! Hm, was? Ich weiß es nicht! Oh, ich hab keinen Bock schon wieder als Erste zu sterben! Oh, Pandoria, wir sterben zusammen! Dann spiel doch mit deinem tollen Perk, der er dumm ist! Hey! Okay, ohne Scheiß, ich hab Legs! Ich hab's gesehen! Hey, ich hab keine Legs! Ich hatte inzwischen auch eben Legs gehabt am Anfang! Der kommt bestimmt jetzt hierher! Aber das liegt dann an den Killern, ne? Der ist nämlich immer Horst! Ja, Horst! Was hat der Killer doch extra gemacht, ey? Oh, ist das Leggy! Curry! Tobi! Ja, wenn wir den jetzt noch auf der Kacken, dann mach ich ne Popelblasen und flieg einfach aus dem Elf raus! Ja! Oh, der hat sich gesehen! Der hat sich gesehen! Der hat sich gesehen! Wie in so einem Heißloch-Ballon! Ja, genau! Komm schon mal, mach ich gar nicht! Was ist denn? Ah, da immer Tobi! Natürlich bei Tobi! Hier ist der Killer, immer mal Tobi! Alter, der ist gerade durch die Holzwand durchgelaufen! Was? Oh! Okay, wenn... Ne, echt, wenn das... Was ist hier los? Komm, das... Ne, das ist kein Hacker, das ist einfach... Der ist einfach so gut, der kann das! Der hat auf jeden Fall keine Popelblasen! Ja, aber es gibt sowas ja, ne? Es gibt ja solche Hacker hier! Hatten wir echt noch nicht gehabt! Der war eine Premiere! Boah, Alter, ich hab... Das ist wegen den Legs, das kann auch sein! Ja, ja, klar! Diese Runde, bei der wir verloren haben, war es definitiv Hacker! Teleportier mich auch die ganze Zeit nach vorne! Ich hab ein neues Perk! Oh, Alter! Ich hab heute ne Reaktionszeit vom Elefanten! Pank, warum bist du nicht mit mir mitgelaufen? Ich bin grad voll müde, ist mir verleid! Weil, äh... Ich wollte... Ja, ich bin... Tobi! Ähm, ich hab über... Ich hab überlegt, zum Generator zu gehen! Achso! Im Haus! Musst du aber nicht! Musst du aber nicht! Nein! Mann! Ich bin... Ansonsten setzt du dich einfach in die Ecke und lässt uns machen und dann gehst du einfach! Das ist das einzige, was ich grad weiß! Oder? Wir verstecken uns ne Runde alle im Schrank! Mann! Wo ist der denn? Ohne Scheiß! Hi Tobi! Hä? Ich seh den nicht! Was machst du noch mit dir, Tobi? Sieh... Hä? Ich bin am Generator, aber es passiert irgendwie nix! Du hast doch grad gemacht! Jetzt machst du wieder! Keine Ahnung, das ist voll... Ich hab voll die Legs da drin, Alter! Alter, Tobi! Ich wandle dich gleich, dann geht's dir besser, mein Freund! Hehehehe! Schön erstmal einreiben den Tobi! Ja, find er aber ein Penis geil, ne? Auf die alte Walrossbrust! Hä? Wo ist der denn? Sag mal her, dein Penis! Ey, Mats da range! Pass mal auf! Ich vertau den nie wieder was an! Wie viel Checks'n das heute? Sag mal! Ne, ich seh... Komisch! Hä? Was ist denn los? Ein Generator, 50 Checks gerade! Oh shit! Oh shit! Tobi hat Ärger! Okay, ich glaub das wird ne lustige Runde werden! Oh nein! Tobi hat Ärger! Der Boden? Ich hab... Och mann, jetzt muss ich verarschen! Entschuldigung! Tobi, bist du davon gekommen? Glaube ja! So! Ihr dürft nicht vergessen, hier geht's nicht um Spaß, hier geht's um Leistung! Äh... Genau so sieht's aus! Habt ihr gesagt, es ist der Fallensteller? Oh, der war gerade auf dem Hügel? Er ist der Fallensteller, ist es! Okay! Ah, da ist der Tobi! Ja! Ja, ist der Fallensteller! Ja! Der ist ja schon fertig! Geht zwei Stück nur noch! Wir entkommen jetzt alle! Fertig! Wieso geht denn der... Der geht zum Generator und haut drauf! Hä? Hä? Mann, du hast mich abgelenkt! Ja, jetzt... Jetzt macht er gleich ne Falle! Jetzt macht er eine! Komm! Nein, das ist zu spät schon! Das ist vergessen, Alter! Oh mein Gott, das ist zu spät! Komm schon! Ciao! Ja, sehr geil! Willst du mich verarschen? Du bist der Geilste! Du bist der Geilste! Jetzt ist er selber in die Falle gelaufen, oder? Ja, ist er! Okay! Du bist der Geilste! Du bist der Geilste! Er ist schon wieder reingelaufen! Was macht er denn? Was ist da los? Äh... Chapeau, Erik! Das war ne schöne Asche! Cool, ja! Fuck! Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Ja, tut mir leid! Boah, das verwirrt voll, wenn man hier die ganze Zeit sich rumteleportiert! Gleich hat der Killer auch ein bisschen lags! Oh, Tobi ist wieder geheilt! Sehr geil! Nice! Hey, Pa! Tobi, ich hab noch verbannt für dich! Hey, Freunde! Wie geht's euch? Da stört den hier so rum! Curry, heilen? Binder! Ja! Ah, da! Oh, Tobi auch, ja! Oh! Oh! Oh ja, schlägt rum! Oh, oh! 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 Schön zwischen die Loksbeine! Wie in... Was mach ich denn da gerade? Ich fasse irgendwie daneben! Ja, das hatte ich vorhin auch gehabt, deswegen war ich da so... Guck mal, Erik! Hey! Hey! Geile Scheiße! Jetzt können wir alle entkommen! Entschuldigung! Weeeee! Aus dem Grund hält der Killer die ganze Zeit beim Haus rum! Was hast du, Pa? Wo gehst du hin? Pa, wo bist du? Ich gehst zum Ausgang! Oh, Scheiße! Ey, du bist aber ganz woanders hingelaufen gerade! Ja, ich wollte mal gucken, ob das so... ob das geht! Oh, er kommt! Er kommt! Weiterexster laufen! Also, der andere Regenbogen... Ja! Ach, das bist du, Tobi! Alter! Ich hab da nur den Arm gesehen, der hier reinguckt! Ich hab den Tobi gerade auch für den Killer da... Alter! Dein dreckiger Handschuh! Boah! Ich schmiede mal einen Popel in die Haare! Popelblase! 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 Warte! So, hier, schnuppern mal! Popelblase! Warte! Tobi, ich hab gefurzt, komm hier! Popelblase! So, das war... Was war Riesch! Hey, Pa! Das war Riesch! Das war Riesch! Geil, ne? Komm, wir gehen einfach! Komm, wir gehen nochmal weg! Haha! Curry, warum?! Das war eine gute Runde! Jetzt machen wir gleich weiter mit einer weiteren guten Runde! Pa, machen wir eine Lichtshow! Oh! Wollen wir... Oh, hier bist du weg! Lass mal hier so eine Parade machen hier, wie heißt das? Keine Ahnung, hintereinander so, weißt du? Das heißt Human Centipede! Das heißt Human Centipede! Ihhh! Ihhh! Ich bin ganz hinten! Oh Mann! Oh! Das ist schon voll! Muss das nicht ein Kreis sein, damit das immer ein Kreis... Oh! Lass mich raus! Ach! Oh Mann! Das ist gemein, das ist gemein! Nein! Der kann allerdings nochmal zuschlagen! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Ja dann hau! 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 Ah! Ne, Pahn! Danke! Warte, ich heil dich mal kurz, Pahn! Hä? Hä? Der kommt! Der kommt! Halt! Ah! 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 Hau! Alter! Das haben wir davon, Karma! Okay, Pahn! Ja! Ha? Ja dann nicht! Ich will dann nicht! Alter, das war aber... Das war aber... Konny, wir wollten ihn uns ja schlagen lassen für Punkte! Fast nochmal schief gegangen, aber das hat auch ge... geholfen, ich hab richtig viel... Ah ja, wie viele Punkte hab ich bekommen! Oh, der ist echt weg! Der ist sofort raus! Ja! Der ist sofort raus denn... Wir wollten den foppen, wir wollten ihm einfach nur ein paar Punkte lassen! Der hatte nicht mal einen Perk, der hatte gar nichts! Was? Hat die Pan, hast du es noch überlebt Pan? Ja. Ja, ja. Oh, okay, komm. Wusi! Wusi von 90, liebe Grüße. Wusi! 4.000 Punkte, oh man. Jetzt tut mir ein bisschen leid. Wusi von 90. Ihr seid so scheiße. Hey, warum? Wieso? Du bist doch da hingegangen, was ich schlagen hast. Meint ihr das war ein, meint ihr das war ein, meint ihr das war ein freundlicher Geist? Nee, das war kein freundlicher Geist. Nein? Nee, der wollte mich doch töten. Der hatte mich doch auch an den Haken gehängt sogar. Ach so, okay. Ja, ja klar. Nee Pan, der war freundlich. Aber es war, es war eine schöne Runde. Der wollte uns nur sagen... Ein total netter Typ. Ja, deswegen hatte ich auch gezielt runtergeschlagen. Oh, der ist nett. Der meint das nicht so. Guck mal, was... Auf seine Art liebt er mich. Ein freundliches High-Five mit dem Messer. Blutnetz. Der Haus ist aus Wien geformt. Blutnetz. Ja, Torben. Ja, Torben. Hä? Schuss, 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 schuss. Wen levelt ihr denn jetzt? Killer oder Überlebenden? Was? Weiß nicht. Weiß auch nicht. Sag ich auch nicht. Ich sag das nicht. Könnt ihr aber ne Folge gucken, wenn ihr wollt. Ich glaub ich mach das später. Ne, will ich nicht. Das ist eh scheiße. Wir haben leider dieses Wochenende verpasst mit doppelten Blutpunkten. Da guckt man lieber meine. Ich rate euch noch mal ein, ja? Ach so! Wir können doch noch die neuen Sachen zeigen. Es gibt doch diese neuen Kinderdinger. Ja, stimmt. Ja, geil. Guck ich mir direkt an. Ich hab meine letzte Folge ganz vergessen. So. Guck mal hier. Hier zum Beispiel die Maske von ihm, vom Fallensteller. Die Hirsch-Maske. Kostet 2,99€ das DLC, wenn man das braucht. Die gibt es umsonst, die unheiligen Augen. Die haben wir schon gezeigt. Und hier ist auch der Eisenmann. Und jetzt gibt es Rögi. Die unheiligen Augen sind glaub ich beim Halloween. Genau, genau, genau. Aber die unheiligen Augen waren glaub ich mit dabei, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, wer bin ich? Und hier ist jetzt Rögi. Also die Drogi. Keine Ahnung. Wer hat denn jetzt neue Sachen? Ja, alle. Alle? Also ne neue Maske zumindest hier. Ne, also Michael Myers hat nichts zum Beispiel. Michael Myers nicht, ne? Genau. Ja gut, der hat ja nur den Michael Myers Maske. Was soll der denn machen? Bei mir? Weiß nicht. Vielleicht so im Jamaika Style oder so. Das ist ja auch geil. Jamaika Myers. Voll geil. Jamaikas. 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 Hier, der Hinterwälter hat die geilsten Sachen. Hallo. Alter, der Hinterwälter hat mit der Vogelscheucher. Der Eisenmann von dem Fallsteller sieht mega geil aus. Boah, der neue Hammer. Genau, die anderen beiden haben leider noch nicht. Wie geil. Hä? Der neue Hammer war ja schon vorher dabei. Genau. Der war ja beim Halloween-Update glaub ich, ne? Oder? Okay. Oh, keine Ahnung. Die hat ein neues Tüchlein? Die Nurse? Was ist die denn jetzt? Die hat glaube ich noch nicht. Nö, die Nurse hat natürlich nicht. Klar, für 2,90 kann man das ja nicht erwarten, dass die Nurse auch was hat. Die hat halt eine andere Waffe. Okay. Und ich bin ja eigentlich ein Schweinsküchse gerade. Das ist so nice. Na gut, der war das. Hat der Tobi nicht gerade eingeladen? Echt? Ja. Boah, mega. Was ist denn? Wie geil. Tobi ist auch mal zu mich nicht eingeladen. Tobi! Ju, Range. Broadcast yourself. Oh, ja, Schnauze. War vorhin schon nicht mehr lustig. Ich join mal nach, Tobi. Ah, ne, kann ich gar nicht. Der Tobi lädt ja niemanden ein. Der lästert nur. Tobi, was soll da? Tobi, lad mal ein jetzt. Ja, lad mal ein. Tobi, bitte lad mich ein jetzt. Der Curry weint schon, der macht halt wieder eine Popelblase. Ja, explodiert die ganze Lobby. Oh, Mann. Dann heißt für mich nur noch Stewie auf Steam. Ehh, ne. Ah, das habt ihr gerade. Oh, mein Auge ist rot. Ich habe gerade erhöht, erhöht enorm die Chance, nach Hiddenfield geschickt zu werden. Ja, das habe ich auch. Aber würde ich nicht jetzt bei Survive nehmen, sondern wenn wir... Nein, natürlich nicht, bin ja nicht doof. Das müssen wir, das müssen wir dann in den privaten Hunden wieder machen. Wer ist das denn? Ach, Tobi Nato, Alter, wie sieht du denn aus? Hey. Musst du mich immer nach dem Aussehen beurteilen? Ist das ernsthaft deine Lebensweise? Ja, das ist meine Lebensweise. Ja, das ist meine Lebensweise. Alles klar. Tobi. Tobi, du bist scheiße. Ist okay. Ne, jetzt bist du wieder cool. Tobi, koste mir mal deinen Charakter, bitte. Ist ja nicht schwer, ne? Die machen, ne? Die Klamotten eigentlich. Ja, die Haare brauchst du noch. Stimmt, die habe ich nicht. Oh, ich kann mir die von unten einfach abrasieren und oben dann... Boah! Dann hast du aber nur Koteletten. Boah, Alter, das ging aber diesmal schnell. Sehr schön. Was war denn hier los? Boah, ich mache mir auch einen Schnauzer. Das finde ich gut. Boah, Curry. Ist ja so lustig. Das ist eine richtige Mustache. Einfach in der hundertsten Set bei Daylight-Folge alle mit Schnauzer da sitzen. Ja, das wäre echt kein Problem mit. Ja, habt ihr aber welche hier? Ich wollte gerade sagen, die Pan müsste sich halt einen ankleben. Die müssten sich ein bisschen rasieren nun, ja. Ich müsste mir auch einen ankleben. Hey, das ist unser Geheimnis. Wie kannst du das mal ausplaudern? Ja, ich rede jetzt aber vom Gesicht. Ich heiße ja eigentlich Herbert. Das Ding heißt mein Stream auch immer so. Hast du geheißen? Das ist jetzt ein paar Jahre her. Tja, stimmt. Jetzt heiße ich Hermelinchen. Harald. 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 Jürgen. Bernhard. Ich möchte als Frau gewertschätzt werden. Nenn mich Jörg. Ja. Tobi. Mann, scheiße. Tobi. Ich wollte euch nur mal ganz kurz sagen, ne. Ich hab nach dem Spiegel Interview, hat eine Dame geschrieben irgendwie bei Twitter, blablabla, war interviewt mit seinen frauenfeindlichen Äußerungen. Hä? Ich wollte euch nur warnen, ihr Schlampen, ne. Damit ihr bescheid wisst. Hä, wie, was, wie? Und mit sowas bin ich zusammen? Ich hab erfahren, ich tätige frauenfeindliche Äußerungen. Ist ja unfassbar. Ist doch nix Neues. Ja, verste ich auch nicht. Unsere Firma, also eure Firma steht doch gegen Frauen, oder nicht? Hey. Ja generell schon, klar. Ist doch ne Internetseite. Ja klar. Ich sag ja, ich bin ja auch eigentlich ein Mann. Als Frau wollten sie mich nicht haben. Eben. Was soll man da machen? Was soll man mitgeben? Mann, auf! Wenn? Wer rumpelt denn hier? Ach, der Tobi schon wieder. Ich such Pfandflaschen, lass mich. Was ist denn hier los? Komm Tobi, was ist denn hier los? Komm. Ah! Oh! Meike Meyers! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist aber jetzt die Frau zuerst, das ist ganz klar sexistisch. Ich find das jetzt total frau und fein. Das geht gar nicht. Wir sind drei Männer und eine Frau, das ist ganz klar. Ey! Ich fühle mich disseminierend. So allgemein, das Interview bei Spiegel von dir, das war echt gut. Muss ich machen. Pan, ist der noch hinter dir, ja? Nein, der ist von mir. Ich kann's denn, ja. Okay, Pan, bleib mal kurz, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Der ist zu schnell, der ist zu schnell! Der hat Diabolik 2? Ne, 1 hat er jetzt. Ne, 2 müsste der jetzt haben. Lass den nicht von den kriegen. Der ist schon sehr schnell, der ist schon sehr, sehr schnell. Scheiße. Oh, Fug. Der hat bestimmt diesen unfairen Perk. Dankeschön. Sehr gern. Obwohl du ne Frau bist. Du Frauenfeindlicher. Ja, klar. Ich leide. Ah, da hinten ist auch... Ich verachte dich mit jeder Pore meines männlichen Seins. Das ist immer so. Ich werd auch immer gezwungen, Kaffee zu machen. Oh, ich find doof. Ich mach das nicht freiwillig oder so. Ich muss das machen. Ja. Also sonst darf ich nicht mehr hier wohnen. Boah, voll scheiße, ey. Das ist immer meine Maskulanz. Ja. Dann muss ich immer jeden Morgen sagen, so... Schöner Gamer-Gott, steh mal auf. Kaffee ist fertig. Ich schmiere mich jeden Morgen mit männlicher Butter ein. Mit Shea, männlicher Körperbutter. Was ist los? Ja, ich hab grad Fang gespielt. Ja, ich hab's grad von Weitem gesehen. War lustig. Hat richtig Bock gemacht. Hey, Tobi. Oh, Alter. Ich bring's heute aber nicht. Ich bring's heute nicht. Ich weiß nicht, ob der noch hinter mir ist, aber... Na toll, Curry. Kann sich ja mal überraschen lassen, ne? Das sind zu mir Leute. Das ist echt gut. Das find ich echt gut, Curry. Na, wer ist denn hier? Keine Sorge, Kobi. Ich würd dich niemals in Gefahr bringen. Ich bin hier, um zu helfen. Hallo. Ich hab das schon ganz toll bei Tobi gemacht. Du bist fertig. Zack. So, ohne mich hättest du das nicht geschafft. Ey, Tobi, willst du mich... Du, 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 du... Wir kusten, Bonbon. Hä? Boah. Du bist aber ganz schön männerfeindlich, Curry. Das war nur... Aber nur safety first grade, Curry. Ganz schön männerfeindlich. Hey, Thomas. Hi. Ey, Thomas. Guck mal, ich bring's euch Kasten mit. Geht's dir gut? Hab ich dann grad'n Micha gesehen? In Richtung... Nee, nee. Das war kein Micha, ne? Da war, da war eh was anderes. Ein Busch. Einen Schatten, meinst du? Oh, scheiße, ey. Ich krieg richtig Paras, wenn wir den Micha haben. Okay, Freunde, gleich geht's los. Wir sollten uns verteilen da ein bisschen, ne? Ja. Wuuuh! Super. Uiuiuiuiuiuiui. Das ist ne echt gute Sache. So, ich steh schon an einem Regenbogen. Michael, Meyers kommt. Wo, wo? Hier bei uns zum Ausgang. Nee, nicht bei dir, Pan. Nicht bei dir. Der geht sich grade auf. Aber der Ausgang ist gleich auf. Ich hau einfach ab. Ja, aber hier ist er gleich auch auf. Ja, ich komm zu dir rüber. Wenn du kannst, hau ab. Ja, ich hau ab. Ich bin weg. Tschüss! So, ich steh hier grad noch alleine. So, er ist auf Diabolik 3, ne? Ich komme. Da steht am Ausgang. Da steht am Ausgang. Curry, wo bist du? Ich bin bei Pan im Regenbogen. Äh, du warst grad voll blond. Uhlululu. Jee, Pan. Curry. Wir laufen eine Acht. Juhu. Ja, ich bin auch noch. Okay, da patrouilliert hier diesen Ausgang die ganze Zeit. Warte, wir laufen gegen... Gegengesetzt. Ja, jetzt... Scheiße, ne, es ist meine Seite hier. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ey, warum bist du so schnell? Was war das? Das ist mein Perk. Ich kann schnell rennen. Der langt so rum. Wo ist denn jetzt? Oh, 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 oh. Ich höre nämlich dann nicht stark. Jetzt... Oh, okay, jetzt durch den in die, in die Richtung. Hey, sollen wir jetzt zum anderen Ausgang gehen? Nee, 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 der Wimicher ist hier. Der Wimicher ist genau am anderen Ausgang patrouilliert hier ein bisschen. Ich warten, bis er jetzt runter drauf. Karina, bleib lieber hier. Du bist wieder blond. Karina! Poppelblas! Okay, ist immer zu doof. Ich glaube, ich komme zu euch dann irgendwie, wa? Ja. Aber vielleicht geht er dann da rüber. Der kann auch nicht nur hier im Ausgang blau... Ha, 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 der Lappen. Okay. Der Lappen. Wenn das ESM jetzt hört, ey. Wir warten, wir warten hier. Der steht die ganze Zeit da und guckt. Äh. Und findet alle Freunde. Der weiß gar nicht, wo der soll. Oh, der Arme, guck mal. Oh nein. Geht jetzt da lang oder da? Hallo, was seid ihr denn alle? Hallo, ich hab... Lock den mal hier rüber, vielleicht hilft das ja. Ich hab ne Kuchen gebacken. Oh, der Arme, jetzt tut er mir voll leid. Toll. So, ciao Micha. Toll. Was denn? Bist du weg? Mach doch sowas nicht. Was denn? Geh raus schon mal. Der Thomas geht jetzt auch. Thomas. Gleich. Komm ins Bett. Jetzt tut er mir auch leid, obwohl ich ihn gar nicht sehe. Scheiße, ich lass mich jetzt töten. Wo ist er denn? Der hat sich grad voll verwirrt umgeguckt. Oh Mann. Der war so traurig. Der war voll traurig. Lass ihn. Ich würde jetzt gar nicht gehen. Ich soll jetzt zu dir kommen. Scheiße, ich hab echt... Mann. Komm, wir gehen ihn besuchen. Ich weiß ja, ob das gut ist, Curry. Aber andererseits, wenn er die Maske absetzt, ist das aber dann... Oh, Vorsicht, der ist wieder hier. Curry, nicht rennen. Oh, er ist raus. Oh, Curry, lass mal gehen. Tschüss. Ich musste leider raus. Ja. Ich wollte... Ich hab ihm noch Tschüss gesagt. Der kommt bestimmt zu uns. Guck, mein Po an du. Ah, der Bahn. Oh, der Po. Oh, der Po. So. So. Curry? Soll ich gehen? Okay. Ja komm, lass uns die Runde safe gewinnen hier. Das war zwei starke Runde. Komm, geh einfach. Das waren echt zwei gute Runden. Wir haben die letzte Folge... Wir haben die letzte Folge wieder Wetter gemacht, oder? Andererseits. Vielleicht auch nicht. Curry. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich geh. Curry, du ziehst voll aus der Penielänge. Warte ist da alle raus. Tschuldigung. Auf deinem Channel. Schön. Hey, da ist Curry. Ja. Ey, Tobi. Hi, Freunde. Ja, klar. Oh, Yul de la Groove. Was? Boah, das ist bestimmt ne Frau, ey. Ja, klar. Ja, klar. Drell de la Groove. Jetzt ist er schon weg. Drell de la Groove. Komisch. Die Kinder, die Scheiße spielen, gehen sofort. Versteh ich nicht. Alter, 4. Boah. Ich hätte die... Ich muss mir merken, diese Pantoffeln niemals ohne Socken anziehen. Heiliger Vorschlag, ey. Wovon redest du? Ich hab die grad ausgezogen. Das ist nicht so angenehm hier. Was? Riecht das nach Marsdammer, oder was? Achso. Na was? Nochmal ganz kurz. Du hast Pantoffeln an, ohne Socken. Ja, diese Plüsch-Pantoffeln. Die neuen jetzt. Mit den Mommeln. Ja. Ja. Und die hast du ohne Socken an? Ja, und ich hab die grad ausgezogen. Und es riecht furchtbar. Es ist unfassbar schlimm. Boah. Echt? Stinkt das richtig, oder was? Ja, ist das nicht so wie beim... Bei... Die sind neu, die haben wir gestern geholt. Du kannst die doch jetzt nicht mit deinen Mauchen voll mocken. Ich wusste doch nicht, dass das so... Ich wusste nicht, dass das so krass wird. Ich hab mich schon durchgeätzt. Nein, ich hab ein bisschen übertrieben. Es geht. Es ist ein... Es ist ein leicht nussiger Käsegeruch. Die Tapete schält sich so von den Wänden, weißt du? Wie ein Silent Hill. Die Alarmanlage geht auch voll an. Die schmilzt einfach, die Alarmanlage. Pan kann halt als Geschmacksverstärker anfangen bei Grünländer, Alter. Oh, die Ranus haben hier einen guten Camembert aufgesetzt. Mit Palzebären. Ne, warte mal. Handkäse mit Musik, ey. Mit Musik. Mit Musik ist cool. Und im Fuß, weißt du, im Fuß wohnt so ein Stock Blutfliegen von Dishonored. Okay, das ist echt ekelhaft. Du bist so abartig manchmal, ey. Popelblase. Oh. Popelblase. Das ist der Curry. Das ist der Curry. Ich fliege weg mit einem Luftballon aus Popeln. Ja! Das ist wirklich sehr seriös. Wie war das noch mit dem Spiegelinterview? Curry bläst Luftmatratzen mit einem Nasenloch auf. Aber die Fotos sind mal was anderes, oder? Warte mal, wenn Curry Luftmatratzen mit einem Nasenloch aufbläst, ist das dann ein Wasserbett? Oder ist das Peanut Butter Jelly Time? Ja, so ein Geleebett eher. Peanut Butter Jelly. Was willst du denn eher so ein Geleebett? Boah. Boah. Ja, bestimmt voll bequem. Was? Fühlt sich wahrscheinlich an wie ein Kiesbett. Boah. Ganz ruhig. Was? Ja, ich hab mich wieder meinen eigenen Sabber verschleppt. Boah. Ja. Solide Runden, würde ich sagen. Kann man machen. Tobi, auch Respekt an dich. War krasse Leistung, Tobi, ey. Ey, kann man. Wir können uns alles mal auf die Schulter klopfen, ey. Tobi! Lass uns mal alle klopfen. Ja, so. Jetzt fühle ich mich auch besser. Ja. Jetzt fühle ich mich wieder wie ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Ja. Dann würde ich sagen, Folge beenden und auf zur nächsten Runde. Motivation! Ah, klar. Auf jeden Fall. Letzte Folge haben wir mitgemacht. Nächste Folge wird wieder scheiße. Woohoo! Bloß nicht die Erwartungen steigern jetzt. Bloß wieder ein bisschen runtertreten, die Erwartungen. Die nächste Folge wird furchtbar. Die nächste Folge wird richtig kackig. Was sind denn, was sind denn matte Schlüssel? Ja, die glänzen nicht. Das sind Formel und Matte. Nee. Matte Schlüssel? Ich hab so ein Item, sehr seltenes Item. Matter Schlüssel. Ist doch für die Formel oder nicht. Den hab ich glaube ich auch. Da kannst du so Sachen anbringen und kannst sie benutzen. Wie zum Beispiel, ich kann dann irgendwie, das wollte ich mal benutzen eigentlich. Du kannst dann zum Beispiel die Umrisse der Überlebenden sehen für ein paar Sekunden. Nee, hier steht jetzt 5 Sekunden Gebrauchsdauer. Kann benutzt werden, um schwarze Schlösser zu öffnen. Oh, schwarze Schlösser? Ist das auch nicht für die Falltür? Nee, die ist ja erst noch nicht da. Nee, doch, die ist da. Die ist da. Ja, in den Kommentaren steht immer, die ist erst ab... Nee, die ist auch erst später da. Ja, ist die nicht schon am Anfang da? Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Aber die ist erst später da, aber wenn sie da ist, kannst du die öffnen dann mit dem Schlüssel. Okay. Okay. Glaub ich. Oder den Ausgang. Das wäre natürlich sehr nice. So, aber probieren. Aber benutzt das nicht, benutzt das nicht in den Super-Ein-Runden. Nee, nee, nee. Sowieso nicht. Sowieso nicht. Geile, freu ich mich. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Jaa. Geil. Geil, Tobi. Du bist der geile Macker, Tobi. Das ist ja wirklich eine richtige Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit der Popel-Lauts von Cudi, wie das schon sagten würde. Und, äh, mal gucken, wie wir euch nächste Folge dann begrüßen. Der rief dann Köpigs Penis. Was? Was?